Memiana, eine Welt ohne Pflanzen, mit wenig Wasser, in der es niemals dunkel wird. Wenn Sala untergeht, beginnt das Graulicht. Dann kommen die Reißer aus den Verstecken, in denen sie die heiße Zeit verschlafen haben. In jedem Licht wird die Frage neu entschieden. Bist du der Jäger oder die Beute? Der junge Wächter Jarek will ins Raggebirge ziehen, um den großen Höhler zu erlegen. Nur wer diesen gewaltigen Reißer tötet, darf einen eigenen Clan gründen. Doch es kommt alles ganz anders. Jarek wird auserwählt, sich den Memo anzuschließen. Diese bilden das kleinste und geheimnisvollste Volk Memianas. Die Memo sind die Berater, Berechner und Boten. Sie sind die Bewahrer des Wissens von ganz Memiana. Doch all das ist in großer Gefahr. Was geschieht in einer Welt, wenn man ihr das Gedächtnis raucht? Matthias Herberts Memiana. Das gewaltige Fantasy-Epos. 14 Bände, mehr als 6000 Seiten. Als E-Book, im Print und als Hörbuch. saga. Interessante. Interessante.